hey leute und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme und heute wieder ein orakel und zwar die partie dänemark gegen belgien die dänen haben das erste spiel verloren hier gegen finland und belgien hat 3 0 gewonnen gegen russland ja ich denke dass entweder ein unterschieden gibt ein 1 1 oder 2 2 oder die belgier gewinnen mit sagen wir mal 2 1 oder 3 1 vielleicht auch weil die dänen sind nicht schlecht gut da fehlt jetzt ericsson der spielt hier zwar jetzt mit aber egal da ist er und ja wir gehen natürlich hier mit also gleich mit lukaku ja schon zwei buden gemacht so hier haben wir hier ist lukaku der beste mann der belgier glaube ich oder jeder wir werden sehen so wir schauen uns auf die aufstellung an so hier dänemark schmeichel im tor dann mehle christensen kia und was ericsson die lenny heuberg braithwaite und paulsen und dann kommt auch gleich noch die belgische belgische aufstellung so hier haben wir die belgische aufstellung mit kutoa vertongeln den neuer alter bereit hassart tielemanns die bräune manier hasard und mertens ja und natürlich im sturm lukaku die erste hat seit hier mit dänemark mal gucken wie sie spielen lassen ja das erste spiel nordukraine gegen nordmazedonien muss ich leider mit karten machen weil es die leider im fiefer ja nicht gibt warum auch immer und eckball hier für belgien die bräune wird ausführen so das war kacke das war kacke oh nein glaube ich stelle mal hier auf dem sief so und schön über außen hier nein sehr schön und im überzahl jetzt nein wo spielst du hin ich wollte doch zu dem anderen voll verkackt hier junge 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 ja erste gute chance für die dänen belgien am ball hier lukaku oh nein oh nein nein voll ausgespielt hier die abwehr oh nein das wäre schön wenn ich dran gekommen wäre ach und eckball so die bräune wieder mit der ecke und die letzten fünf minuten mal gucken was wir jetzt ausrichten können ach ja steck dir deine fahne irgendwo hin meine güte ich hasse dieses abseits boah zweite gute chance hier für die dänen ach verdammt jawohl so eckball boah fast die dritte chance hier ja so zweite halbzeit jetzt mit belgien gewechselt habe ich noch nicht so lukaku so 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 wow was soll denn der hin oh was macht denn der oh ey was ist denn hier los als ob was hab ich denn da gemacht was hab ich denn da gemacht ach verdammt verdammt so jetzt muss ich zwei Tore machen ey verdammt oder wenigstens eins unentschieden ach man läuft nicht so prickelnd hier ey 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 komm schon Jawoll! 1-1 Durch Hazard Durch den Kapitän Ja Gutes Tor So, somit ist es wieder ausgeglichen hier Weiter geht's Ich hab gedrückt, Alter! Ach, Helmensch Hä? So Lukaku am Ball Lukaku Lukaku ist durch und Lukaku Was für ein Tor Ja, das ist ein Tier, Alter Ein Tier ist das Ja Romelu Lukaku So Und somit führen die Belgier wieder hier Was macht denn der Innenverteidiger, Alter? So, jetzt muss ich schnell gehen Lukaku wieder am Ball Wieso läufst du nicht zum Ball? Was ein Typ, Alter Läuft doch hin vorbei und holt den Ball nicht mehr Arbeitsverweigerung hier Arbeitsverweigerung Und weg mit dem Ball hier Oder wollt ihr noch eins kassieren? Die letzten fünf Minuten So einfach weg Weg mit dem Ball Ach so nicht Schön gemacht vom Innenverteidiger Lukaku Lauf Ei Ah, der bullige Stürmer Der bullige Stürmer Noch mal ein Angriff Der letzte vielleicht Ach Ja Das Orakel ist hier 1 zu 2 Ausgang für Belgien Denkt an eure Tipps in die Kommentare Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Orakel Und auf Wiedersehen